Ja, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge One Piece, One Piece Pirate Warriors Hä? One Piece Pirate Warriors 2 Und zwar heute mit der Freundes-Episode vom guten Chopper Auf geht's, du Rentier-Du Ähm... Wo wollen wir denn, wen wollen wir denn mal nehmen? Ich hab keine Ahnung Smoker ist eine Empfehlung Hab hier aber keine Lust zu, oder? Wir nehmen mal Sanji So, dann wollen wir mal gucken Ihnen erscheinen weibliche Charaktere, das ist schlecht Weil dagegen ist Sanji immun Mh, nehmen wir Smoker, oder? Ja, nehmen wir Smoker Was? Ah, ja, ist egal Hier, Kampfpartner Shit drauf Mh Gegen Chopper Da bin ich ja mal gespannt End Okay Na, von mir aus Machen wir es schon Wobei ich Smoker jetzt nicht als Freund Bezeichnen würde, Chopper Ganz ehrlich So, besiege den feindlichen Truppenanführer Alles klar Und ja Oh, wir haben, wir haben Oh, okay Wir haben da was Feines Und zwar ein neues Fach Was ich natürlich sofort umsetzen kann Nehmen wir denn da Äh Keine Ahnung Nehmen wir das So, haben alles voll Fähigkeit, bla Es wurde ein Freund ausgewählt Da können wir Frankie nehmen Ne, oder am besten noch Zorro Und ja, dann kann es losgehen, ne Viel Spaß mit Smoker Heute sind wir die Marine Im Pankersaat Wie alles halt mal passt, ne So, wo gehen wir denn jetzt mal lang Da vorne Oh, oh, wir haben nur 15 Minuten Zeit Ich glaube, ich spinne Wie nur 15 Minuten Was? Ja, dann müssen wir uns echt beeilen hier Der zieht euch Ey, die Ostfestung Wird angegriffen, okay Hm, ihr da alle Ihr verschwindet alle Kommt her Bams Smoker, macht euch platt Yeah, yeah Spüre den Rauch Okay Also Smoker kann schon was Nur der muss erstmal Also vorher war der Mist Oder, also echt Da konnte ich nicht mit dem umgehen Aber jetzt, wo der halt was aufgelevelt ist Da ist der schon ganz cool Mit seinem Rauch hier Da Also da muss ich schon sagen Die müssen dann alle nur ein bisschen was aufgelevelt werden Und dann geht das schon So, ich muss noch immer hier, ähm Dieses Ding hier besiegen Oder? Was geht hier ab? Ja, kommt klar Bams So Du da Verschwinde Wo ist der denn? Ha Missionsbeginn Wo ist's? Die Zeit hört nicht auf Jetzt hab ich ein Problem Wo ist die Kiste? Da vorne So Ihr auch alle? Danke Verdammt Okay, ich hab jetzt hier echt grad ein Problem Ähm Wo sind die jetzt? Also da vorne ist noch ein Truppenmannführer, ne? So Jitten-Tanz Okay Und wir sind auch alle down Mann, komm doch mal her, du Blödmann So Der Anführer ist auch kaputt Hab ich den kaputt gemacht? Nee Ja, jetzt ist er down Ja, jetzt ist er down Witzig Ähm Soll ich jetzt da hinten rum Oder wo? Ja Du mich auch Du mich auch, Nami Verdammt Ich hab ein Problem Die Zeit hört nicht auf Ich hasse Zeitdruck ins Spiel Komm schon Na, geht doch mal alle kaputt, ey Gibt's doch gar nicht Achso, wir müssen da oben einfach Nami abfangen Ja gut, das ist ja kein Thema Boah, ey So ein Mist Ich hasse Zeitdruck Ja, dann los Schnell, da ist wer Hey Wo ist die denn jetzt? Da vorne Edge Komm schon, weiß der Bluthund Yes Komm, das müsste eigentlich reichen Na? Oder auch nicht? Egal Wird schon passen Hier Hast du meinen Haki Geh down Ja Ja Okay Kaputt Das ist schon mal gut Muss da hinten hin Muss da hinten hin Muss da hinten hin Elf Minuten Elf Minuten Elf Minuten Hier, hier sind noch zwei Wer ist hier? Der Piratenkapitän Gut Machen wir es doch so Geh einfach kaputt, Mann Jawohl Sehr gut Piratenkapitän Nummer eins ist platt Dann noch den da vorne Dann müssten wir es eigentlich schon haben Die große Masse, meine ich Bams Komm schon Verzieht euch Jawohl Müssten wir jetzt da oben hin Okay Boah, ich hasse Zeitdruck Ja Nur die Anführerplatten, oder? Dann müssten die eigentlich alle abhauen Ah, komm schon Geh down So Auch mein Gebiet Danke Wie die alle einfach hier drauf gehen Ist ja wirklich widerlich Können die sich nicht ein bisschen anstrengen Ey, da unten Ist noch ein feindlicher Truppenanführer Den hab ich total vergessen So Piratenkapitän Komm mal her Auch kaputt So muss das sein Einfach dagegen gesammelt Aber Jetzt muss ich den ganzen Weg da unten wieder runter, oder was? Ich glaub, ihr spinnt Ey Wie soll ich das denn schaffen? Mist Nein Jetzt geht's ja in meine Basis, oder was? Das ist ein blöd, Mann Oh Gott Das kostet natürlich auch jetzt Zeit Das kostet echt Zeit Boah, guckt mal, wie viele hier sind Das ist ja schlimm Na, aber ich könnte noch schaffen Dass ich ihn bekomme Wartet mal Komm mal her Jawohl Sehr gut Bämst Ja, damit hast du nicht gerechnet, oder? Du Versager Bämst Okay Also, das haben wir gut gemeistert Feindliche Basis ist offen Ah, okay Chopperlein ist da Na gut Dann werden wir mal eben kurz wegpusten Feindliche Guerilla-Kämpfer Ja, ähm Können sie ja ruhig Ist mir ja egal Wir werden die mal eben alle da oben platt machen Armer Chopper Will ich ihm ja gar nicht antun, ne? Aber was will ich denn machen? Gott sei Dank Gott sei Dank habe ich Smoker gewählt Und nicht Ruffy oder so So Kommt her Haut alle ab Danke Und das ist so cool mit ihm Der kann halt so einen großen Flächenschaden machen Das ist halt echt krass So Down Hier auch Zack Schon minimiert Und Down Sehr gut Komm mal hierher Macht mal den Weg frei Verdammten Bauern So Was geht hier ab? Da ist ja schon Chopper Haben wir hier noch eine Kiste oder so? Ne? Dann komm mal her Bämst Hey Zack Jetzt ist schon mal Ende hier Was zur Hölle? Wie jetzt? Wieso hat das Chopper nicht getroffen? Was soll denn das? Oh Gott Was hat der vor? Chopper? Was sind nochmal Choppers Attacken hier? Ich hab keine Ahnung Geh down Alles klar Verschwinde Bam 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 Und auch down Was? Gib mir mal die Münze Danke Und down Und down Und auch kaputt Chittentanz Jawohl Wuss Komm mal bitte her Jawohl Okay Hat jetzt leider nicht Chopper getroffen oder? Ne Schade Oder flieht schon ein Truppenkapitän von mir? Das ist schlecht Na dann muss ich Chopper mal eben erledigen Na komm her Komm her mein Freund Jetzt ist mal Schluss hier Und das war's Ende Wir haben gewonnen Sieg Sehr schön Ja sehr schön Arang Okay Ja nur wegen den besiegten Gegnern War klar Ich schreibe dir bestimmt nicht vor was du tun soll Smoker Wer bin ich denn? Da freut er sich auch noch ey Unglaublich Ja sehr schön Eine neue Münze Okay Passt Wackelt und hat Luft Eine neue Fähigkeit zur Tit erhalten Auch gut Eine Münze wurde in die neu erhaltene Fähigkeit zur Titel eingetragen Ah Oh was haben wir hier? Weisheit des Kochs Okay Oha Teamfähigkeit erhalten Verlängert die Zeit Bis die Gegner gelähmt bleiben Okay Und da war noch eine Schaden an eingeschläferten Gegnern wird leicht erhöht Und da war noch eine Verbessert die Kombo leicht Und böse Zunge Gegner werden etwas anfälliger für die Status Effekt negativ Fähigkeit für Perona Okay Nice So Chopper noch Coole Nummer Coole Nummer Tja was will man da sagen ne Chopper auch schon abgeschlossen Und es ging ja auch relativ schnell Du kannst auf mich zählen Ha Ne neue Trophäe in Silber Ja wenn das nix ist Freunde Wenn das nix ist So Chopper haben wir auch abgeschlossen Dann würde ich sagen Wir machen im nächsten Part mit der lieben und guten Robin weiter Und bis dahin verabschiede ich mich Ich bin euer Let's Play E-Gamer Wenn euch der Part gefallen hat dann schreibt es mir noch in die Kommentare und gebt mir noch eventuell einen kleinen Daumen hoch Bis dann euer Let's Play E-Gamer A A A A